Moin Leute, willkommen zurück. Letzte Runde lief ja nicht gut, würde ich jetzt auch nicht sagen, aber war okay, war knapp. Wären die Camper-Kids nicht gewesen, tatsächlich, denke ich hätten wir gewonnen. Ich weiß jetzt, aber ich kriege aber halt auch nicht mit, ob von uns aus dem Team jemand campt. Von daher, naja, kann man sagen, was man will. Ich will es nicht tun. Es gibt bestimmt mal einen Moment, wo man in der einen oder anderen Ecke mal ein bisschen länger sitzt, aber so richtig campen, mache ich nicht. Das ist einfach unehrenhaft und, naja, deswegen ist es auch egal, wenn wir mal verlieren. Oh, fuck, das hätten wir fast gehabt. Oh. Gut, gut, gut. Jetzt fallen wir vom Seiden. Schafft er noch den Headrick? Meine Güte, ey. Ja, schön da rum, campen oder was? Brauch doch mal abchecken jetzt, ne? Ich hab noch nicht einen Kill gemacht, oder? Ja. Schöner Camper, ja, super gemacht. Wichtiger Wichser, ey. Pass auf, da ist er doch wieder, der Lies. Na gut, glaub ich nicht. War glaub ich nicht. Ah, fuck. Hm, hm. Meine Güte. Was stimmt mit diesen Leuten denn nicht? Wie kann ich denn in so einer scheiß Bude die ganze Zeit rumhocken? Da, schon wieder, Alter. Immer noch. Mach mir dicht, Alter. Gar nicht. Na, kommst du nicht heim, Bruder, ne? Fotze, Alter. Hä? Guck mal, wie die alle kommen. Ey, das sind zwei, drei Leute, ich schwör's euch. Die eine alte, dann dieser komische rote Ninja, oder was das ist? Unmöglich. Scheiß Hund, Alter. Er kommt wieder da oben rausgejumpt, Alter. Wisst ihr, was ich mein? Ja, guckt doch mal, guckt euch das doch mal an, Leute. Wie das schon wieder auf dem Weg war. Ja. Ja. Let me go. Let me go. Enemie, hier ist es nicht gegen. Careful. Ah. Neck, partner. Ah. 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 ja was soll ich sagen leute ich habe so das gefühl je höher man in dem in der rangliste kommt desto mehr campen einfach nur rum echt nervig leute wie gesagt das ist dann wieder so ein grund wo man denkt alter dann spiele ich die scheiß rangliste nicht. jetzt können wir mal gucken moin kids also was 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 soll ich sagen naja gut leute danke dass ihr dabei wart schreibt eure meinung gerne mal in die kommentare oder eure erfahrung und wir sehen uns in der nächsten runde haut rein